so hallo leute heute sind wir wieder zurück hier ich habe als allererstes heute morgen eine auspuffstelle besorgt die habe ich auch schon montiert ich habe schon wieder ein bisschen was getan der auspuff ist jetzt dran komplett nur zur not richtig den nachher noch mal nach ist nicht so wild aber so reicht das erst mal auf das erste ich hatte noch folgendes problem als ich wasser auf ein aufgeklickt habe habe ich gesehen dass der am kühlmittel temperatur sensor richtig am süffen war also habe ich kurzerhand eben 9 eingebaut den hatte ich noch da mit neuen dichtring ja den rücklauf habe ich geprüft habe ich soweit alles mal im nachgezogen ich konnte jetzt nicht irgendwie groß eine undichte stelle erkennen aber ich konnte sehen dass am plant die schrauben ich konnte die auf jeden fall ein kleines stück nachziehen wir hoffen mal dass das damit gegessen ist ich habe wieder aufgefüllt ich hatte komplett abgelassen ja ich bin jetzt eigentlich so gerade in den zügen dass wir den mal starten können das erste mal richtig dass er mal laufen kann wenn der nicht gleich wieder irgendwo was raus tropft aber ich würde sagen das finden wir zusammen mal eben raus ich werde euch einfach mal hier ans hier ans tor oder irgendwo werde ich euch mal eben hinpacken wo kann ich euch am besten hinpacken komm ja ich hole den motorkram hier so da packen wir euch hier so irgendwo ran irgendwie so und so dass mein handy da nicht runter fällt das ist schon mal eigentlich ganz geil ist nur noch ein bisschen näher ran ans geschehen würde ich sagen so ein bisschen weiter runter so ist das schon fast perfekt so ist fast perfekt ja so wasser hatte ich nachgekippt ich werde ihn jetzt mal starten aber bevor ich den starte werde ich immer noch mal den ölstern gegenflüssen mache ich immer egal ob das für mich erst mal so ausreichend ist weil er jetzt ja auch noch nicht ganz gerade steht reicht wenn er für mich so arbeitssicherheit geht vor lieber einen schluck als zu wenig so damit können wir auf jeden fall gleich leben da brauche ich jetzt nicht gegenpeilen weil das ungefähr so das ist drauf dann lasse ich erst mal ab auspuff ist dran sondern würde ich immer anschmeißen hoffe dass er läuft und hoffe dass er nicht leckt ich werde mal versuchen das ding anzureißen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 die sitzt gar nicht drauf ich werde ihn mal richtig markieren auf jeden fall gesehen dass die nase hier nicht rausguckt und ich wundere mich gerade wenn ich gas gebe warum das da so ein bisschen raussprudelt ja auch ich bin nicht komplett fehlerfrei aber ihr seht ja wir kommen immer dem ziel immer näher ich mache jetzt erstmal wieder einen schnitt macht den deckellose macht hat alles vernünftig baut hat wieder zusammen und dann lassen wir den laufen wieder bis er aufhört zu tackern so jungs und weiter geht's im takt ich habe die dichtung wieder an die stelle gerückt war auch wirklich mein fehler ich habe die da hinten nicht richtig drauf gemacht die lachen und deswegen kann das öl da auch raus aber das ist halt gut wenn man das halt immer tausend mal kontrolliert und auch wenn der motor läuft das tausend mal kontrolliert die lampe liegt immer da um zu gucken halt ob der irgendwo leckt weil das darf er nicht überhaupt nicht das wird so lange festgestellt im warmen zustand und gucken und hier und beobachten ich kenne ja die stellen und ja ich würde sagen wir reißen den jetzt wieder an lassen dem auch seine betriebstemperatur laufen gucken ob die doppel lüfter anspringt von alleine gucken ob die heizung so geht guck mal was die wassertemperatur sagt ich würde sagen und wir gucken einfach mal so allgemein ich habe den jetzt noch nicht wieder laufen lassen ich habe den ventildeckel gemacht und den rest machen wir jetzt wieder zusammen also jungs toy 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 und der klappen aber eigentlich müsste das gemacht seine bobbies fast wenigstens hört sich fast ganz gut an wie gesagt standgasschraube habe ich eingestellt oder so viel mal daumen hört sich ja ganz gut an ich guck mal wo der so steht also tausend tausend einhundert problematik ist einfach wir haben ja jetzt auch nur die originale benzinpumpe drin das heißt wenn ich jetzt auch ein bisschen stoff gebe wird er wahrscheinlich fehlzündung aussagen da muss ich erst mal so ein bisschen einlaufen dann fängt auch hinten die windel an zu qualmen ich sehe das schon ganz leicht fängt die an zu nebeln dann brennt sich das ganze ein so wieder hitzeband was wir gewickelt haben alles was also ist das ganze öl was in die kanäle gelaufen ist beim einhöhlen verbrennt er jetzt deswegen kranker überall mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger aber wichtig ist dass er sich erstmal so ein bisschen einschnuppelt am Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020